Am Donnerstag Nachmittag ist bei einer Kreuzung in Erlinsbach der Betonmischeraufbau von einem Lastwagen gefallen. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagen mit Mischeraufbau war am Donnerstag, 6. Juni 2013 von Erlinsbach nach Stüsslingen unterwegs. In Stüsslingen bog er gegen 14 Uhr nach rechts in die Hauptstraße ein, wie die Kantonspolizei Solothorn ausführt. Dabei fiel der Mischeraufbau mitsamt mehreren Tonnen Beton von der Ladefläche. Grund dafür sei offenbar ein technischer Defekt bei der Verriegelung des Aufbaus. Verletzt wurde niemand. Durch einen Abschleppdienst wurde der Aufbau mit einem Gesamtgewicht von rund 15 Tonnen schließlich geborgen. Abschleppdienst wurde der Umgeklung. Verletzt wurde der Umgeklung. Verletzt wurde der Umgeklung. 4. Juni 2013 von Erlinsbach nach Stüsslingen getötet wird der Umgeklung. 4. Juni 2013 von Erlinsbach nach St층litz. Untertitelung des ZDF, 2020